Was ist ein Insulin-Toleranz-Test? Ein Insulin-Toleranz-Test ist ein medizinischer Test, den ein Endokrinologe empfehlen kann, einen Patienten mit Verdacht auf ein Nebennähren- oder Hypophysen-Problem zu bewerten. Bei diesem Test erhält der Patient eine Insulin-Injektion, um den Blutzucker zu senken, wodurch der Körper in Hypoglykämie gerät. Dies sollte zu einer Stressreaktion führen, bei der der Cortisol- und Wachstumshormonspiegel ansteigt. Wenn dies nicht der Fall ist, funktioniert das Endokrinosystem des Patienten möglicherweise nicht richtig. Es kann notwendig sein, das Wachstumshormon zu ergänzen oder einige Tests durchzuführen, um mehr über das Geschehen herauszufinden. Vor dem Test darf der Patient möglicherweise mehrere Stunden nicht essen. Sie müssen auch vorübergehend die Einnahme von Steroid-Medikamenten einstellen, da dies die Testergebnisse beeinträchtigen könnte. Es kann mehrere Stunden dauern, bis ein Insulin-Toleranz-Test durchgeführt wird, und es ist eine gute Idee, danach eine Heimfahrt zu machen. Die Patienten fühlen sich nach dem Test oft müde und wackelig und können für den Rest des Tages möglicherweise nicht fahren oder zur Arbeit zurückkehren. Der Test beginnt mit der Entnahme einer Basis-Blutprobe. Ein Betreuer injiziert Insulin und bleibt zu jeder Zeit im Raum, um den Patienten zu überwachen, und es werden regelmäßig Proben genommen, um den Blutzuckerspiegel zu überprüfen. Es können auch Proben gezogen werden, um die Konzentration der Hormone im Blut zu überprüfen, die bei Hypoglykämie steigen sollte. Wenn der Test beendet ist, kann der Arzt dem Patienten Saft oder einen Snack geben, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Während eines Insulin-Toleranz-Tests fühlen sich die Patienten möglicherweise nicht sehr wohl. Durch Hypoglykämie können sich Menschen wackelig, verschwitzt, müde und gereizt fühlen. Diejenigen, die das Bewusstsein verlieren, benötigen möglicherweise einen Medikamenten-Bolus, um den Blutzuckerspiegel schnell zu erhöhen. Eine ständige Überwachung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass frühzeitige Anzeichen von Komplikationen rechtzeitig erkannt werden, und es können Medikamente bereitgehalten werden, um die Wirkung des Insulins bei Bedarf umzukehren. Müdigkeit und Schwindelgefühl sind nicht ungewöhnlich, auch wenn der Blutzuckerwiderstand steigt, da sich der Körper des Patienten möglicherweise immer noch anpasst. Wenn die Nebenniere nicht richtig funktioniert, steigen die Cortisolwerte während eines Insulin-Toleranz-Tests nicht an. Der Wachstumshormonspiegel kann ebenfalls niedrig sein, was darauf hinweist, dass ein Problem mit der Hypophyse vorliegt. Der Insulin-Toleranz-Test kann für einen Endokrinologen mit Bedenken hinsichtlich eines Patienten entscheidend sein, weshalb er trotz der Risiken empfohlen werden kann. Solange ein Patient ausreichend überwacht wird, ist das Risiko schwerwiegender Komplikationen gering.